ja jetzt für die sind heute nicht hier so Uhr die Tüte soll jetzt jahre m ich bin schon verkehrt das überlebt es könnte sein dass es der Sieg ist ich weiß nicht es kann aber theoretisch sein dort was lassen so er hat was ist denn jetzt alles ich glaube weiter ist es jetzt mal langsam älter die ganze Zeit die zu tun ohne Witz also gut das was aber fein auch scheiße nicht wirklich jetzt oder die Verkulost jetzt muss ich die hier alle auch ich hab nicht zu viel sagen ja ich hab nicht zu viel gesagt ich muss aber auch die Leute unterhalten das ist das Problem eben m m hat er das war ich jetzt schon bald eine Folge gebraucht er hat es wird immer trotzdem Hallo das wurde es gar nicht und dort noch nicht sie ist doch Alter wie viel die so so wohl wie die wir wir jetzt gewusst das machte aber toll das nicht gut ich frage mich ob ich will nicht hier runterfallen dann schlecht ich lieber nicht wo ich darf ich darf das nicht lol scheiße wie mache ich das denn kein Wasser kein Nerva hm ich glaube Laird gewinnt das Battle weil ich viel zu viel gesagt hab schon hm was ist denn wenn ich das so mache kann man dann mal ausprobieren geht es überhaupt das geht nicht fuck geht geht anscheinend nicht und gibt es denn noch so schwer 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 wer ich habe ich gekriegt hat auch ne schade das wäre ein bisschen scheiße deswegen muss ich es wäre langweilig ne Alter ich äh hier was ist voll schwer was ist denn da o ha ich glaube ich mache hier ich glaube ich mache das hier so kein Schaden wo ich hasse die Loll kann mir nur gut tun können gut sein für mich oder er kann auch schlecht für mich aber egal das mit Mausort so so ich werde hier auf jeden Fall einmal reinfallen ja das wäre ich kann ich das irgendwie hier so schützen oder so ich könnte ich glaube das mache ich auch mal hier so kann ich nicht durchfallen so ach so jetzt kann ich nicht durchfallen ne jetzt kann ich genau so ist es gut so dann meint sich bei so 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 toll komm ja genau so jetzt wird er die ganze Kanäle gibt es und kommt zu was können gehen Prozent er hat sich gerade wieder spricht aber er muss sich anscheinend konzentrieren da gab es noch wird ich bin schon er ist mit ihm geboren ich rede nun fähig die Nerven so das macht so was toll er muss noch eins hier gefällt egal so jetzt kann ich hier immer kann man hier mal durchschießen wenn man hier durchschießen kann wäre es noch geiler lol jetzt vielleicht kommt sich mein Dach verzieren mit Papi Töpfchen natürlich aber ich glaube ich werde jetzt noch mal zu KT Leute ja man darf überhaupt keine Befehle während der Bettel ist er hat gesagt kein TP während der Bettel zu machen man darf überhaupt keine Befehle während des Bettels benutzen nicht ich könnte auch es wird geliebt ich glaube ich habe während die Hälfte der auf Vorfassungen aneinander das wir haben ja noch 20 min wer noch 20 Minuten Zeit wenn ich braun wäre aber auf jeden Fall jetzt noch hier kurz das wenn man die Krone darf keine Vollkugel benutzen was übrigens auch stimmt auch auch ane schade Klox sind ja leider verboten Kloxen verboten ich glaube es bringt sowieso nicht viel Kloxen verboten so kloxen Kloxen hier jetzt hier um naja Lennart dring mich doch nicht so er fragt ganz sicher werden kann ich bin nicht fertig ich muss hier schüttel die Schöne Loll er hat er drin ist auch und Kiesner er ist nicht untergefallen sind es die Chance nicht gelangen lustig so jetzt möchte ich noch eine Sache vorbereiten und zwar eine schöne Kiste mit diesen Dingern hier auf jeden Fall das da so so nee also das brauche ich auch nee nicht so sondern so 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 dann ähm so so dann noch so 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 jetzt kommt hier noch eine der wichtigsten bulb leere so jetzt so so Euro wurde die es auch beinahe vergessen Prozent das auch noch alt zusammen suchen so gibt es noch das reicht auf jeden Fall auf jeden Fall brauche ich das da und das da so was gibt es jetzt noch ne das da brauche ich noch stimmt oh ich hoffe dass er das vergessen ja ja so ich glaube bin ich jetzt fertig ich bin also noch nicht fertig oh der Frage geht die ganze Zeit durch ob ich fertig bin und jetzt wo ich sag ja ich glaube ich hätte ich oh nein ich bin noch nicht fertig so 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 das auf jeden Fall das hoher wenn das Volk scheiße das das naja das da bräuchte bräuchte er um das da und davon bräuchte auch ein dem brauche ich nicht genau ja so so er freut sich der wohl gemacht und ja es habe ich können ja gerne ausfesten und mit ok so das ist dann mein im Tor ich glaube ich sollte das hier mal da mal hier mal da mal da mal da mal ja ja natürlich brauche ich worauf kann jetzt verzichten hier da ich glaube ich werde verlieren ja aber ich muss noch ich sehe es jetzt schon die Zeit auf 0 und dann könnte es losgehen wir haben eh noch 15 Minuten 15 Minuten was äh was da war ich Zeit Zeit 0 Zeit auf nur gesetzt warte mal ich bin nicht ganz fertig wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe ich glaube ich habe sowieso verloren schon aber egal ja es war ja bestimmt schon nachher mann so und ja ich habe das Video schon mit ihm wurde gewonnen haben und nicht auf den Weg gehen so bin ich fertig ich hoffe ja warte also beides ist gleichzeitig Game Mode 0 Game Mode 0 warte warte ja ich habe noch nicht ok 3 3 ok ok 3 2 ja gut so 3 2 1 3 3